Wir hatten schon viele Kindermädchen. Glauben Sie, dass Sie das hinbekommen? Natürlich. Malcolm. Hallo. Der Lieferjunge fürs Essen. Der Liefermann fürs Essen. Freut mich. Darf ich Ihnen Mr. Hilscher vorstellen? Und das ist unser Sohn Brahms. Musik bereitet ihm so viel Freude. Brahms ist nicht wie andere Kinder. Befolgen Sie unbedingt diese Regeln. Seien Sie gut zu ihm, dann wird es nicht zu Ihrem Schaden sein. Nichts für ungut, Brahms, aber ich finde dich unheimlich. Brahms. Alles okay? Ich wollte, dass das noch jemand sieht. Was denn? Wenn man ihn allein lässt, dann passiert Folgendes. Das ist doch nur so ein blöder Zaubertrick, oder? Es ist kein Trick. Was wissen Sie über den echten Brahms? Das war ein seltsamer Junge. Ein kleines Mädchen aus der Stadt hat ihn oft besucht und mit ihm gespielt. Sie fanden ihre Leiche im Wald. Als die Polizei hier eintraf, stand das Haus in Flammen. Brahms hat's nicht raus geschafft. Hallo? Da oben war schon ewig keiner mehr. Du würdest mir doch nie etwas antun, oder? In diesem Haus ist man nicht sicher. Hier passieren unglaubliche Dinge. Er lebt. Sie werden doch gut zu ihm sein, nicht wahr? Oh, nein. Untertitelung des ZDF, 2020